Das Windeldate – Eine knisternd-erotische Love-Story Als wahrhaftige Diaper-Lover tragen Svenja und Robert bei ihrem ersten Treffen Windeln unter den Hosen. Dies allein ist schon aufregend. Sie aber zusammen mit dem Menschen nass zu machen, in den man längst verliebt ist, lässt das Herz förmlich Saltus schlagen. Sie blicken einander tief in die Augen. Dieses Date hält noch einiges bereit. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de